So und damit herzlich willkommen zu Sujun... Sujun... Kann ja nicht ausgefahren wird, Simulator. Und wir wollen jetzt hier diesen Typen operieren. Wir wollen noch mal unsere Fingernägel checken. Ja, die sehen schön aus. Ähm, jetzt die Steuerung ist echt ein bisschen komisch. Hier steht sogar drauf, wenn man die Finger bewegt. Ganz links auf dem Finger steht der A. Dann kommen W, E, R und der Taste. Geht natürlich auch so... Warte. Warte. So. Guten Tag. Herzlich willkommen. Komm schon drinnen rumpolen. So. Okay, wir decken auf. Warte mal. Das ist noch ein bisschen schwer mit der Bedienung. Ich komm damit noch... Ah, ich... Gar nichts mehr zurecht. Ich muss mal das Tuch jetzt da runterkriegen. So. Warte mal wegschmeißen. Kannst loslassen jetzt. So. Ähm... Klar runtergreifen. Und dann kann man das ein bisschen abziehen. Nö. Okay. So. Ich hab vorhin schon mal ganz kurz angespielt. Das... Das Spiel ist... Das ist der Hammer. Warte. Erstmal müssen wir die mal hinlegen. So. Und ich würde jetzt greifen können. Warte mal. So. 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 Ich hab mal... Nein. Nicht fallen lassen. Das ist falsch abgegriffen. Warte. Ich krieg das noch. Warte mal. So. Jetzt haben wir's. So. Dann müssen wir jetzt die Rippen da weg. Na. Sonst geht er... Sonst geht er ja gar nicht. Sonst kommen wir da ja gar nicht rein. Oh. Oh. Verdammt. Also an das Herz jetzt. Warte mal. So ganz vorsichtig. Oh. So was fallen lassen. Das ist voll natürlich nicht. Deswegen müssen wir grad mal die Leber da. Rad mal nehmen. Und weg. Warte mal. Hehehe. Müssen wir mal wieder rausziehen. Verbackte Hand. Hm. Hallo. Runter. Die Steuerung ist echt für'n Arsch. Hallo. Reiß doch mal die Leber da raus. Dann hat sich die Sache. Hm. Willst mal riechen? So. Da runter müssen wir kommen. Unter dieses andere Teil. Also müssen wir jetzt noch mal was nehmen. Äh. Mit dem wir das aufmachen können. Genau. Den Hammer. Der eignet sich doch perfekt dafür. So. Bisschen kippen. Die Hand. Und dann. Bam. Mal da so drüber. Ne. Ich dachte da kann man irgendwie draufschlagen. mal mit so Wucht. Aber. So. 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 Wir haben's doch gleich geschafft. Operation ist gleich fertig. Wenn hier alles mal draußen ist so nach und nach. Alles mal weg da. Tschüss. So. 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 Dann müssen wir's irgendwie jetzt durchschneiden. Warte mal. So. 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 Schlippel, schnappel. Einfach das feiner lassen? Nee, okay. Schlippel, schnappel, das Zeug da nach und nach. Alles rausschneiden, diese ganzen einzelnen Adern und sowas. Arterien und alles, was da so drin rumdings ist. Einfach mal durchschneiden. So, jetzt müssen wir das... Wir schaffen das echt noch. Ich sag's euch. Nee, das ist neu, dass wir grad nochmal da liegen. Warte mal. Wir haben's gleich. So, warte. Hallo, ich will das annehmen. Nein, wir haben's doch gleich. So, warte. Alter, richtig unter Stress steh ich jetzt her. Alles mal da raus. Bis auf, das ist besser. Das brauchen wir jetzt nochmal wieder. Da noch eins in Arterie. Ist da noch dran. Die muss dann aber noch ab. Wir haben's gleich. Nein. 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 Jetzt, jetzt pumpt's nicht mehr. Das ist gut. Das Herz nehmen. So, das da raus. Muss an Reste hingerollt da. Ja, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft und haben die neue Herz reingepflanzt. Geil, gleich am ersten Mal. Ja, das war der... Wir haben das Simulator, keiner weiß, warum was? Surgery. Surgery, würde ich sagen. Surgery Simulator. Und ich wollte Ihnen noch mal kurz zeigen. Vielleicht können wir noch ein paar mehr Videos und... Wenn es sich gefallen hat, dass man einen Like da, ne? Dann bis zum nächsten Video. Ciao. Geil.